Pizza, Pasta und Co. gehören fest auf meinen Speiseplan und ich vermute auch zu Ihrem. Zum Abschluss gibt es vielleicht noch eine feinste Tiramisu oder einen starken italienischen Espresso. Auf jeden Fall lege ich Ihnen die aktuelle Coop-Zeitung ans Herz. In dieser widmen wir uns nämlich unserem südlichen Nachbarland. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und buon appetito!